Keine guten Aussichten heute für alle im Westen, im Südwesten, teilweise auch im Nordwesten. Es wird richtig nass werden. Seit heute Morgen hat zum Teil kräftiger Dauerregen eingesetzt in weiten Teilen Westdeutschlands. Und da kommt bis Donnerstagabend einiges vom Himmel. Verbreitet in der Fläche 100 bis 150 Liter Regen pro Quadratmeter. Vielleicht auch regional noch etwas mehr. Da besteht die Gefahr von einem größeren Hochwasser, von Überflutungen. Und deswegen sollte man heute und auch in den kommenden Tagen im Westen Deutschlands von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland bis nach Baden-Württemberg, teilweise bis nach Bayern, die Flusspegel gut im Auge behalten. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Dienstag hier bei wetter.net. Ja, extremer Starkregen ist im Westen angesagt. Eine extreme Unwetterlage. Und binnen 72 Stunden kann da wirklich einiges vom Himmel kommen. Und deswegen werden die Pegel ansteigen. Unbedingt die Keller sichern. Vor allem in den Regionen, wo man weiß, da gibt es bei viel Regen immer schnelle Überschwemmungen. Das sollte man heute und morgen alles gut im Blick behalten. Doch zunächst mal der Blick auf die Großwetterlagenkarte. Und da sehen wir den Schuldigen für dieses dauerregen Wetter. Und das ist das Tief Bernd. Das Tief Bernd, das teilt bei uns in Deutschland die sehr warmen Luftmassen aus Osteuropa von den kühleren Luftmassen aus Westeuropa. Und diese Luftmassen klatschen genau über Deutschland heute, morgen und übermorgen zusammen. Und deswegen gibt es hier diese heftigen Niederschläge Starkregen. Ja und zugleich ist es hier teilweise im Südosten Europas sehr, sehr heiß. Und ein Teil dieser Hitze schwappt sogar rein bis nach Österreich. Das schauen wir uns gleich mal an. Da kann es heute sogar bis zu 40 Grad geben. Doch zunächst mal der Blick auf den heutigen Dienstagmorgen. Nach Osten und Norden insgesamt relativ freundlich. Sogar hier im Osten viel, viel Sonnenschein. Aber im gesamten Westen von Nordrhein-Westfalen über Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland bis nach Baden-Württemberg. Viele Wolken und zum Teil schon kräftiger Dauerregen. Und dieser Dauerregen, der hält auch zum Mittag und Nachmittag weiter an. Dann bilden sich zum Teil auch einzelne Schauer und Gewitter. Das Ganze greift aus bis nach Bayern. Also wird es richtig nass werden. Heute den ganzen Tag dagegen nach Osten. Und hier in der Mitte bestes Hochsommerwetter. Ja, und auch der Abend bringt insgesamt in der gesamten Südwesthälfte viele Wolken. Zum Teil kräftige Regenschauer, Starkregen, Gewitter, alles Mögliche mit dabei. Und dahinter, da drückt schon wieder das nächste Dauerregengebiet hinein. Der starke Regen ergeht also im Westen des Landes weiter. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter bei euch heute ausfällt, dann ladet euch doch einfach mal unsere wetter.net-Wetter-App runter. Den Link zum Download gibt es hier unten, wie immer, in der Videobeschreibung. Ja, und die höchsten Temperaturen heute wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Rund um Berlin und Brandenburg 31 Grad, Richtung Hamburg 28, 29 Grad. Und dann kommt hier einmal quer über Deutschland die Luftmassengrenze weiter südwestlich davon. Beim Dauerregen gerade mal 14 bis 19 Grad. Ja, und dann diese Hitze hier im Osten Österreichs heute 39 bis knapp 40 Grad. Also riesige Temperaturunterschiede heute in Mitteleuropa. Wir schauen auf die kommende Nacht und die Nacht wird sogar tropisch ausfallen. Rund um Berlin und Brandenburg Temperaturen morgen früh um die 21 Grad. Und wenn die Temperatur über 20 Grad bleibt, dann haben wir eine tropische Nacht. Und zugleich tropischer Regen weiterhin hier am Mittwochmorgen im Westen und Südwesten des Landes. Die Temperaturen dort 13 bis 16 Grad morgen früh. Ja, und die Wetterlage, wie gesagt, ziemlich nass, vor allem im Westen und Süden. Immer wieder kräftiger Regen. Im Nordosten dagegen teilweise freundlich. Später aber auch hier einzelne Schauer und Gewitter. Und vor allen Dingen am Mittag und Nachmittag kann es dann auch mal hier im Osten das ein oder andere richtig heftige Gewitter geben. Der Dauerregen, der nimmt aber wieder an Fahrt auf. Vor allen Dingen hier im Westen und Südwesten. Von Nordrhein-Westfalen über Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland bis nach Baden-Württemberg und Bayern. Da regnet es zum Teil richtig kräftig. Zum Teil auch noch einzelne Gewitter mit dabei. Und dann wird der Regen noch ein bisschen heftiger ausfallen. Also ein sehr ungemütlicher Mittwochnachmittag. Und auch der Mittwochabend erkennt kein Erbarmen. Weiterhin hier im Nordwesten, im Westen und Südwesten zum Teil anhaltender Dauerregen. Aber aufgepasst auch im Nordosten. Da gibt es dann zum Teil die ein oder andere schwere Gewitterlage. Vor allen Dingen Richtung Berlin, Brandenburg und Meckpomm. Da kann es also auch ordentlich knallen mit Starkregen, Sturmböen und mit Hagel. Also das volle Programm und die Temperaturen im Vorfeld. Im Nordosten richtig heiß. 31 bis 33 Grad am Mittwoch. Dagegen hier im Südwesten ja gerade mal 15 Grad maximal. Deutlich kühler. Und dazwischen liegt wie gesagt dieses Regenband. Und da fällt einiges noch vom Himmel. Und der Donnerstag bringt immer noch diese Regenwetterlage. Vor allen Dingen hier im Südwesten, aber auch teilweise hier im Nordwesten, im Osten. Da lockern die Wolken mal auf. Und die Temperaturen, die steigen am Donnerstag auch nochmal im Osten des Landes auf bis zu 30 Grad. Sonst werden 19 bis 25 Grad erwartet. Im Norden Deutschlands auch teilweise 26 bis 28 Grad. Der Blick noch auf den Freitag. Es kommt langsam zu einer Wetterberuhigung. Der Dauerregen hört auf. Hier und da sind im Nordwesten und Westen noch ein paar Wolkenfelder unterwegs. Im Osten und Südosten scheint dagegen zeitweise die Sonne. Und die Temperaturen, die passen sich wieder so ein klein wenig mehr an. 23 bis 29 Grad werden am Freitag erwartet. Ja und was kommt denn da nun vom Himmel bis zum Donnerstagabend? Jede Menge Regen. Wir sehen hier die Prognose vom deutschen Wettermodell. Im Nordosten fast trocken, aber hier im gesamten Westen und Südwesten wird es richtig nass werden. Schwerpunkt von Nordrhein-Westfalen, über Rheinland-Pfalz, die Eifel vor allen Dingen, das Saarland. Bis nach Baden-Württemberg, teilweise auch Bayern und Hessen. Da kommt einiges vom Himmel. Und wir sprechen hier von 140 bis 190 Litern Regen pro Quadratmeter. Und das fällt teilweise auch auf der französischen Seite in den Vogesen, dem Oberlauf der Mosel. Also auch an der Mosel eine verstärkte Hochwassergefahr. Aber auch in der Schweiz, ganz oben am Rhein, im Hochrheingebiet, da kommt auch einiges an Wasser nachgeflutscht. Auch da wird der Rheinpegel nochmal ordentlich ansteigen. Und er ist ja ohnehin schon relativ hoch durch die heftigen Niederschläge der vergangenen Tage. Ja und was sagt das amerikanische Wettermodell? Auch hier mal die Prognose bis zum Donnerstagabend in Sachen Niederschlagsmengen. Da wird vor allen Dingen hier im Norden viel Regen auch angedeutet. 50 bis 70, teilweise 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Aber auch hier der Schwerpunkt von Nordrhein-Westfalen, über Rheinland-Pfalz, das Saarland. Bis nach Baden-Württemberg 120 bis 130 Liter. Und wie gesagt, nach Norden hin teilweise 40 bis 70 oder auch mal bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Wetterlage am Mittwoch. Wir sehen hier das Tief einmal über Deutschland drumherum. Diese kräftigen Niederschläge, dieser Dauerregen teilweise eben nochmal durchsetzt von Gewittern mit Starkregen, stürmischen Böen und teilweise auch kleinkörnigem Hagel. Wie geht es danach weiter? Wir schauen uns die Ensemble-Vorsage an für den Norden Deutschlands bis zum 28. Juli. Die Temperaturen bleiben meist so um die 25 Grad im weiteren Verlauf. Da gibt es auch ein paar Ausreise, wo man mal Richtung 30 Grad mag, aber meist so 25 bis 28 Grad. Und die Regensignale, die lassen langsam mal etwas nach. Es dürfte also zum kommenden Wochenende hier und da im Norden wieder etwas freundlicher werden. Und wir blicken noch in den Südwesten des Landes und da wird es ja auch besonders nass werden. Und das sieht man nun wirklich sehr gut hier auf der Ensemble-Vorsage mit den Niederschlagsmengen. Da kommt einiges zusammen. Die Temperaturen zeitgleich im Keller, 15 bis 17 Grad gerade mal. Das ist die Ensemble-Vorsage für den Südschwarzwald. Aber danach geht es auch hier langsam mit den Temperaturen wieder bergauf auf Werte um die 25 Grad. In der Spitze hier und da auch einzelne Werte von bis zu 30 Grad. Aber der Regen bleibt weiterhin hier auch im Südwesten ein Thema. Die Niederschlagssignale werden zwar vorübergehend etwas schwächer, aber danach, dann nehmen sie schon wieder etwas zu. Also aufgepasst, ab heute Morgen gelten Unwetterwarnungen, teilweise auch noch Unwettervorwarnungen vor starken Regenfällen. Vor allen Dingen in Teilen von Nordrhein-Westfalen, von Rheinland-Pfalz, dem Saarland und auch in Hessen und Baden-Württemberg. Da kann es zum Teil ordentlich Niederschlag geben. Bitte aufpassen an Flüssen und Bächen. Es besteht heute und in den kommenden Tagen erhöhte Hochwassergefahr. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wem es gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und bis bald.